Moin moin zusammen. Wir befinden uns gerade im Livestream und ich habe mir mal wieder einen Quatsch ausgedacht, den man mal probieren könnte. Und zwar haben wir ja seit anderthalb Jahren keine Operation mehr bekommen. Und da ich mir überlegt, wir machen mal eine eigene Questreihe und habe dann unser Trackmania Bingo gedacht. Und bin auf die Idee gekommen, man könnte ja mal ein CSGO Public Casual Bingo machen, wo man ein paar Absurditäten oder Achievements schaffen muss, die so auf den Casual Game Modi passieren können. Also sprich Casual War Games, also alles das, wo es keine Ränge gibt. Da habe ich mir dann ein Bingo Board überlegt, zusammen mit einigen Vorschlägen auch aus der Community. Und wir sind hier heute zu fünft und müssen versuchen, im Race gegeneinander als erstes ein Bingo zu schaffen. Oben links seht ihr klein einmal eine Übersicht der Felder. Leider ist lila, Franzi blau, Fibu grün, Röder orange. Ich bin rot und wir können ja mal hier jeder mal was anklicken. Oder wir drücken alle mal auf Cheetah. Ich habe jetzt rot angeklickt, das heißt, ich hätte jetzt in meinem Match einen Cheetah getroffen. Dann wäre das fein und wenn Röder das gleiche Feld anklickt, wird das auch orange und wird dann halt so geteilt. So könnt ihr dann immer live quasi mitverfolgen, wer gerade welchen Process hat, bis einer ein Bingo hat. Und ein Bingo hat man natürlich, wenn man 5 in einer Reihe hat oder 5 diagonal geht auch. So lange eben, bis einer das als erstes hat. Wir teilen uns alle das gleiche Board. Also haben wir hier keinen Random Faktor, dass man hier eine leichte Reihe bekommen kann, weil jeder das gleiche hat. Und das sind die Spielregeln. Wir dürfen nur Public Casual spielen und Wargames und Deathmatch. Kein Wingman, kein Competitive, kein Danger Zone. Wir haben einige Sachen, die wir von den Randoms auf dem Server bekommen müssen. Andere Sachen müssen wir selbst schaffen. Wie zum Beispiel Rush B wäre, wenn ein Gegner oder ein Mate quasi ingame sagt oder schreibt, dass B gerusht werden soll. Aber dann auch so Sachen wie ein UI-Headset, also wenn einer auf den Server geht, der ein richtiges Trash-Headset hat. Oder dann jetzt auch sowas wie ein Arms Race Win wäre hier zum Beispiel in der Reihe. Oder 10 Kills im Flying Scouts. Jeder recordet das Ganze natürlich, dass wir dann nachher auch gucken können, ob da alles mit rechtem Ding zugegangen ist. Und der Rest sollte, glaube ich, klar sein. Ja, dann würde ich sagen, lass einmal das Board würfeln. Okay, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und los. Viel Glück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht Sinn zuerst zu spielen? Was ist das? Ich glaube, ich starte einfach schon mal ein Casual. Ich starte ein Casual und dann gucke ich mal. Da könnte man Rush B und Ninja Defuse bekommen. Und ein Kind oder Staubsauer auf das zwei. Also Column 1. Column 1 klingt aber machbar. Okay, bei mir redet schon mal einer in den Game. Nein. Ich gehe mal ganz vorne rein. Hello guys, what's up? Okay, ich suche erstmal Anime-Pubas. Ich habe keine, ich habe eine Lobby ohne Anime-Pubas, glaube ich. Keine einzige Anime-Pub hier. Ach du Scheiße. Hey guys, what do we do? Ja, gar nicht im Game. What? Oh Gott. English please, hello? Hello. Mark? Ich gehe mal so, bl***. Polsk, gar nicht. Äh, English, English? Lord, Lord, Lord. Hey, what's up, guys? Ich habe ein Blirat bekommen, aber kein Zuckerblirat. Hello. Hello, hello. Oder was will ich denn hier noch schaffen eigentlich? Und ich kassiere nur... Shot, shot, shot. Die Corneln im Casual, serius. Ich habe noch nie so einen Casual gehabt. Bei mir redet gar keiner. Bei mir redet niemand. Hallo. Habe ich Anime-Pubas? Nice. Ich sehe das als Anime-Pubas. Jetzt ist es nice. Ach man, ich hätte auch noch. Nein, nein. Keine Anime-Pubas. Ich habe keine Titten auf dem Server. Der hat schon dreimal... Der hat schon dreimal redet gesagt, hier der Typ. Pikachu zählt nicht, ne? Ne, Pikachu zählt... Äh, bäh. Oder wurde schon beleidigt? Was? Überhaupt nicht. Ich bin auf dem falschen Game-Mode gejogelt. Und ich beleidige euch gleich. Abseits war es nicht. Aber 5K Casual könnte ich hier machen. Nein. Ach man. Nur Blirat, nur Kack, Zucker. Was ist das für ein Knife? Ey, das muss doch zählen. Der hat Blirat irgendwas Zucker dann gesagt. War das abhaken? Der hat in einem Satz Blirat und Zucker gesagt. Er hat nicht Zucker Blirat gesagt. Er hat Blirat hin und Zucker gesagt. Ist er nicht Zucker Blirat? Mann, scheiße. Ach so, ich wurde geneifet, ne? Oh, ich kann anders abhaken. Wozu geneifet? In Arms Race. No, er lässt sich knifen. Ja, das war unabsichtlich. Den habe ich. Nein, er macht ihn. Mann, ich treff nix. Lower. Er hat Nachhui Blirat gesagt. Er reicht nicht. Aber war das zu mir? Was ist dein Problem? War das zu mir? Mann, der hat Potenzial, der Mann. Der hat so ein Potenzial. Mir hat einer gerade Fuck You gesagt. Was hast du gesagt? Was hast du Potenzial, der Mann? Mann, Rud hat schon Fuck You kassiert. Aber Klee, war das auch zu dir oder einfach nur so? Ja, das war am Ende. Da habe ich gesagt, what did you say? Er hat gesagt, Fuck You Blirat. Mann, scheiße. Ich muss den Mars auch ein bisschen triggern. Ich muss hier nochmal probieren. Yo, guys, I composed a new song. What do you think about this? Es reagiert keiner drauf. Es ist so eine scheiß Lobby. Ich glaube, ich muss die Lobby wechseln. Mein halber Server ist leer. Wer hat denn schon Vote gestartet, Armin? Ich wurde eben gekickt. Also, jemand wollte mich kicken. Ja, aber hast du gecheckt, ob das nicht ein Deutscher war? Nein. Ja, du musst halt auch checken, ne? Nicht, dass das... Es ist einfach an random. Ich habe ganz Zeit Hallo geschrieben ins Mikro und er wollte mich kicken. Mann, Armin farmt hier. Ich bin einfach... Ich bin herrlich. Mann, die gehen alle auf Free Franks. Der hat keiner Anime-Profil mit von den 30 Läufen. Ich glaube, ich muss den Server wechseln. Der ist es nicht. Ich warte noch eine Runde, ob der mir nicht doch noch was gibt. Hallo, how are you guys? Box, hallo, hallo. Good game, everybody. Good game. Man, keiner macht... Keiner macht irgendwas so an den Dreckslobby, Mann. Andere Lobby. Ich hole mir noch eine neue Lobby. Nein, nein, der hat gerade einer reingeflamt, glaube ich. Der wollte gerade einer flamen. Der hat gerade einer Luft geholt. Ich glaube, der wollte richtig abbrechen. Das ist für ein Schmutz hier. Wo sind die? Ey, keiner hat Anime-Titten. Niemand. Keiner hat Titten. Go hide, Mann. Oh, aber einer ist toll. Ich habe einen Tilt, glaube ich. Äh, hello guys, what's up? Hello? Warum kann ich nicht aim? Warum bin ich? Oh Gott, oh Gott, sind die Fersche hier alle. Ich muss hier 10 Kills, das war... Hallo, hallo? Hallo? Also... Das Töten, ey. Der ist Mensch, wenn das Bots sind mit No Scope. Das ist ja... Er hat Shut up zu mir gesagt. Shut up ist so weak, glaube ich, Ami. Oh, shut up. Ey, du darfst ja nicht provozieren. Ne, der hat einfach Shut up gesagt, nachdem ich hallo. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt an der Mate war. Ich habe ihn sogar getroffen. Hello? Nein, nur ein 4K. Shit. Mann, ich habe noch gar nichts. Was ist, wenn mich Ami beleidigt auf dem Server? Ne, das habe ich das nicht. Ey, oh geil. Den hätte ich zuhause können. Weiß nicht, ob der die es mir jetzt beleidigt hat. Ich muss auch flöten. Hört man das überhaupt in Game? Ja, ja. Einer hat gesagt, kick him, please. Hat er mich damit beleidigt? Nein. Man, ist wieder nur noch einer und der haupt oben. Yo, guys. Bitte lass dich nicht holen. Ich will den zu stechen. Mann. Armin hat einfach schon drei Sachen abgehakt. Ey, ich kann es nicht. Hier sind keine Anime-Boobs. Mir gänzt. Der ganze Server im Global Lead Matchmaking, nur Anime-Boobs. Hello, everybody. What's up? Redet keiner. Ich hole mir jetzt meinen Zeus-Kill. Okay, sie reden. Einer hat hallo gesagt. Ich habe meinen ersten Zeus-Kill. Ach nee, fünf Stück habe ich ja. Ich kriege keinen Kill mit dieser Dreckswaffe. Stimmt, ich muss auch noch nach Skins gucken. Wir müssen ja noch einen. Der hat Handschuhe hier. Der hat, äh, äh, MTS Gentleman. Der hat Specialist Love's Fate. Sind die über 1.000 wert? 1.270? Jawohl. Ich habe Handschuhe. Ich kann auch was abhaken. Was ist mit Retag? Wenn der mit über 1.000 Euro drin ist, haben wir. Ich überlege, ob ich gehe. Hier redet halt keiner. Ja, komm, ich gehe runter. Neuer Server. Sie sind bei mir nett. Ja, bei mir auch. Die habe ich noch nie gehabt. Nette Mates. Casual Agency. Da kriege ich doch Anime-Bubas, oder nicht? Ich habe vier Knife-Kills schon. Wo sind Titten? Wo sind die Titten? Geil, ich habe alle Knife-Kills. Scheiße. Ich habe einen Global Mute. Ich habe einen Global Mute. Jawohl, danke. Bell, hier. Global Mute Bell. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Ich sehe keine Anime-Bubas. Man, überall sind Leute. Es ist unfassbar, was hier passiert. Ich nehme mich mal Nils mit IE, dass ich hier undercover bin. Hello, hello. Hier gibt es keine Titten auf dem Server. Ich bin einfach depressed. Ich habe keine Titten. Es kommuniziert niemand. Ich wurde sonst so beleidigt auf dem Public Casual. Scheiße, Fibu hat eine fette Streak. Oh mein Gott, Fibu ist fast durch. Einmal Video kurz pausieren. Danke. Hallo, hier ist Triller aus dem Off. Ich wollte euch noch erzählen, dass wir hier eine kleine Challenge hinterlegt haben. Und zwar gibt es auch Sachen zu gewinnen bei diesem Bingo. Und zwar für die ersten drei Leute, die es hier schaffen, ein Bingo zu machen. Die Teilnehmer, die hier live dabei waren, wussten auch noch nichts davon. Die dachten, wir machen das just for fun. Und zwar habe ich mir überlegt, der Erste, der es schafft, ein Bingo zu machen, kriegt einen 100-Euro-Skin. Der Zweite platzend 50-Euro-Skin und der Dritte platzend 25-Euro-Skin. Und die müssen wir natürlich kurz mal einkaufen. Und ihr wisst es ja, ich bin ja kein Idiot. Ihr hoffentlich auch nicht. Wir kaufen natürlich keine Skins im Steam-Markt. Die sind viel zu teuer, sondern gehen bei meinem Partner Skinport shoppen. Der deutsche Marktplatz mit einem Trustpilot-Rating von 4,9 von 5 Sternen. Und hier werden wir mal gerade gucken, ob wir hier was Schönes für 100 Euro bekommen. Da haben wir hier schöne Filtermöglichkeiten, wo wir einfach mal sortieren können zwischen 96 und 100 Euro. Und schau mal, was es hier gibt. Oder lass uns vielleicht lieber mit dem niedrigsten Skin anfangen. Wir sortieren hier mal Preise zwischen 23 und 26 und schau mal, was wir da so haben. Hier hätten wir zum Beispiel eine AWP Neonore für 23,79 statt 30 Euro wie bei Steam. Aber damit ich euch zeigen kann, wie schnell das geht, machen wir jetzt einen Verkäufer hier mal glücklich. Der kriegt nämlich 3 Euro mehr. Ich werde die hier jetzt in den Warenkorb packen für 26 statt 30. Die ist aber handelbar. Dann schauen wir mal nach dem Skin für den zweitplatzierten. Da könnten wir hier zum Beispiel eine AK Neon Revolution in FN für 52,94 statt 69,61 bekommen. Das sind 17 Euro Ersparnis bei Skinport. Aber da ich ja was direkt rüber traden möchte, schauen wir mal hier nach. Und da wir gerade eine AWP hatten, würde ich sagen, kaufen wir uns hier eine AWP Lauffeuer für 47 statt 56. Rein in den Warenkorb. Und dann brauchen wir natürlich noch was für den Erstplatzierten. Also teilen wir hier mal zwischen 96 und 105. Da haben wir ein paar schöne Sachen, aber ich glaube sehr lecker, ist hier eine AWP Asimov. Dann haben wir drei AWPs. Das ist doch ein cooles Bundle, oder? 96,98 statt 114, also fast 20 Euro Ersparnis. Gucken wir uns die auch nochmal an. Die hat einen Skadoodle und einen KennyS-Sticker von Cologne 2015 oder 2016. Also zwei relativ alte Sticker. Und dafür, dass sie well worn ist, sieht die doch super aus, oder nicht? Dann würde ich sagen, haben wir da unseren Hauptpreis. Haben also drei schöne AWP-Skins und sparen dabei bei dem Einkauf hier bei Skinport 30 Euro im Vergleich zum Steam-Markt. Das ist ja köstlich. Ihr könnt shoppen mit Klana, Sofortüberweisung, Kreditkarte, Debitkarte, ich in der Schweiz sogar mit Twint. Und die drei Skins gehören mir. So easy geht das bei Skinport. Ihr müsst euch hier auch kein aufwendiges Konto machen. Das ist einfach über Steam Sign-In. Super easy. Dann können wir hier ins Inventar gehen. Ich wähle mir die drei Skins an, die ich gerade gekauft habe. Klicke unten rechts auf Anfordern. Dann lädt hier auf der rechten Seite ein Pop-Up. Ich gehe einfach auf Browser und kann mir jetzt hier die Trade-Offers annehmen und habe die sofort im Inventar. Da sind wir in CS2. Und da sind die drei Skins. AWP Neonor für den Drittplatzierten. Sogar einen G2-Sticker drauf. Die Wildfire für den Zweitplatzierten. Und die Asimov für den Erstplatzierten. So easy geht das. Also wenn auch ihr vorhabt, euch mal ein paar Skins zu shoppen. Ihr könnt ordentlich sparen bei Skinport. Kauft nicht bei Steam, da zahlt ihr viel zu viel. Ihr habt hier eine deutsche Seite. Made in Germany. Trustpilot Rating 4,9 von 5 Sternen. Und ihr könntet hier auch Skins für Echtgeld verkaufen, wenn ihr das möchtet. Bei Steam verkauft ihr ein Skin. Ihr habt nur das Guthaben. Ihr könnt es nicht auscachen. Wenn ihr was bei Skinport verkauft, kriegt ihr das Geld auf euer hinterlegtes Bankkonto ausgezahlt. Und das ist Skinport. Würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Besonders die Leute, die noch nie auf der Seite waren. Denn es gibt auch ein Affiliate-System bei Skinport. Das heißt, für jeden neu gewonnenen Nutzer bekomme ich wann immer der Nutzer, was in den nächsten Monaten was kauft, eine kleine Provision ab, ohne dass ihr irgendwas mehr zahlen müsst. Schaut gerne mal vorbei. Skinport findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich auch danke an Skinport, dass die drei Gewinner gleich ein paar schöne Preise bekommen. Jetzt weiter. Viel Spaß mit dem Video. Fibu Ninja und noch Demolition Kill. Kannst keinen Ninja machen. Hello. Ich glaube, hier ist es auch nicht. Wie kann ich das bei Fibu vereiteln? Oh Gott, ey. Nee, das Server ist auch nicht, hier redet keiner. Wo kann ich denn eine Streak kriegen? Demolition No Scopes. Ah, fuck. Ich weiß nicht, wofür ich gehen will. Ich glaube, das zwei Casual ist es eigentlich. Fibu brauchen einen Ninja und einen Demolition Granaten Kill. Es kann beides, kann aber beides dauern. Ey, ich kann es auch nicht mehr. Hier ist nicht eine Animate-Täter auf dem ganzen Server. Und keiner hat Hyping. Hier ist nicht eine Animate-Täter. Nein, ich sehe keinen Gegner. Das ist impossible, der schafft es nicht. Hello, hello, what's up. Where do we go? Where do we go? What do we do? Er sagt, plant the bomb. Sag doch Rush. Warum sind die Leute so gut? Sag doch Rush. Heiner redet, ich glaube, das ist ein Drecks-Low-Server. Er sagt B, aber er sagt nicht Rush B. Die haben auch alle gute Headsets. Ich kann es nicht mehr. Ich muss noch nicht mehr. Hello, Team. Where do we go? Einfach Rush B. Ich frage, wo wir hingehen. Er sagt McDonalds. Er ist ja nicht tot. Ich glaube, ich muss wieder das Server wechseln. Casual ist so boring geworden. Was ist denn passiert? Das war noch nie auch nur... Casual war noch nie interesting. Ich wollte es gerade sagen. Armin, das ist casual. Also, wann, wann, das ist nun mal, boi, jetzt eine Runde casual. Geil. Jawohl, frischer Server. So, wo sind die Anime-Tetten? Ich habe eine Nate. Ich habe eine Nate. Ich habe eine Nate. Krach, rennen. Oh, mein Gott. Nix. Keine Anime-Boots. Ich habe hier wieder keine Anime-Boots. Ich werde wechseln. Ich hatte im DM-E-Ping-Rubbots. Free-For-All-Rubbots. Was müssen wir in dem machen? Hier ist einer mit High-Ping. Er hat keinen High-Ping. Er hat keinen echten High-Ping. Also, lieber Free-For-All. Hat überhaupt einer von euch schon eine Anime-Tette bekommen? Nee. Ja, nicht eine. Ich versuche jetzt in 5K zu machen. Brauche ich das überhaupt? Castle 5K? Ja, ist machbar. Jo, guys. Was ab? Woher du? Ich auch. Hello, guys. Ihr dummen Ratten. Das Spiel. Ja, Mann. Ich werde das nicht snipet. Also, nochmal. Wenn ihr zuguckt, geht nicht auf die Server. Dann bringt mir das nichts. Wenn ihr snipet... Mann, die laufen nur durch... Da kam gerade einer rein und meinte, ihr dummen Ratten, Rushby. Das bringt nichts. Wir müssen das mit Randoms machen. Ansonsten bringt mir das gar nichts. Also, bitte nicht snipen. Ihr macht das hier komplett kaputt. Okay, ich bin jetzt im Death. Äh, hier. Ich geh jetzt für die 5 AWP-Noscopes. Oder 10? 10, scheiße. Einer. Zwei. Drei. Oh, mein Gott. Warum hat keiner hier Skins? Ihr Drecks. Ich bin auf dem selben Server, oder? Dex. Oh mein Gott, oh mein Gott. Diese Waffe. Was kostet ein Skeleton Knife? Oh, Skeleton ist teuer. Welches? Der beleidigt mich auf Turkey. DDPed. Forest DDPed. Oh, das sind, glaube ich, keine 1000, oder? Musst du im Profil mal nach Condition gucken. Sieben. Das sah ziemlich FN aus. Ich guck gleich mal. Ich weiß nicht mehr, von welchem das war, Mann. Ich habe Titten und Arsch. Das zählt nicht. Oh mein Gott, 9? Oh, meine Güte. Okay, ich habe 10. Da brauche ich noch irgendwas. Macht es Sinn, hier drauf zu bleiben. Knife Kill. Knife Kills im Deadmatch. Drei. Oh mein Gott, erschert sich. Aber ich habe drauf. Okay, zwei Knife Kills noch. War das Tone durch Knife? Stimmt. Ich wurde gerade Knife. Tod durch Knife habe ich. Und 10 AWP-Mendoscopes. Stimmt. Oh mein Gott. Er stellt sich. Hier. Oh mein Gott. Ja. Geil, ich habe es. Okay, sonst noch was im Deathmatch, was man machen kann? Außen der Score, aber schaffe ich in der Runde nicht mehr. Hello, hello. Are you good, guys? Hello. Ich glaube, ob es heute schon Ende ist, oder was? What, what, what? How are you? How are you? Au. Seit wann redet denn keiner auf dem Casual? Okay, ich könnte halt auch Cheater, UI-Headset und Demolition-Granaten-Kill machen, jetzt wo ich die Knowscopes habe. Fuck! Man, der kämpft nur da oben auf dem Scheißdach. Also ich glaube, Demolition-Granaten-Kill ist Krankfieber. Man, fuck, der Typ denkt, er ist in fucking Payday drin. Mein Knowscope. Ich sehe halt die ganze Zeit Ultraspiele an ihre Gesichter, aber keine Bubas. Warte, sind das Bubas? Mann, wo sind denn die Titten? Hier, hier vielleicht. Es ist der Kopf ohne Titten. Ey, ich kann es nicht fassen. Ich bin jetzt auf sechs Servern gewesen mit 20 Leuten, ich sehe keine Titten. Hier redet halt keiner. Ich glaube, ich kann direkt wieder gehen. Ich kann direkt wieder auf dem Server gehen. Wenn ich jetzt endlich mal ein UI-Headset oder einen Cheater finde, dann könnte ich auch für Demolition-Granaten-Kill gehen. Keine Anime-Titte. Ey, wieder keine Anime-Titte. Wieder keine einzige Anime-Titte. Hallo, everybody. What's up? Hello. How are you? Oh, good. Are you good? Seit wann reden die Leute uns im Bett? Das ist einfach 150er-Pink too much. Oh, ja, 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 ja. Oh, my cat, cat, cat. Oh. Oh, mein Gott, ich hab... Ey! Ich hab drei Kills gemacht, das hab ich ne fucking Flash. Hello, hello? Hello, hello, hello? Oh, hello. How is everybody's day? Hello? Es redet keiner. Do we have a nice day? Bomba. 3K, 3K. Vielleicht ist das mal ne 5K-Runde. 4K? Komm, 5K, 5K, baby. Zwei Gegner noch. Last? Scheiße, ist noch einer. Nein, Mann! Nice. Mal weg hier. Bond. Vielleicht mal Bond. Nein. Der hat fast nen Bond gemacht. Kein Bond, keine Amity-Titten. Ein Cheater vielleicht? Auch nicht. Wobei, Jeff hat gute Stats. Wir gehen auf Jeff. Oh, mein Gott. Wie hat der 19 zu 7 Stats? Oh, mein Gott! Wir haben den alle nur! Oh, go away! Ja, genug. Nach dem Scheiß. Mann, Scheiße, ich hab's nicht laut. Was hat er gesagt? Das ist dieses Glaubwörb. Englisch, fuck, fuck French. Englisch. Muss T gehen. Die T's sind schön T-T auf meinem Saar. Ich warte noch auf das UI-Headset auf. Oh, aber die reden hier. Das ist ne gute Lobby vielleicht. Hier wird gesprochen. Oh, mein Gott. Easy. Easy for us. No easy for us, bitch. Bugger it. Ich wurde geleidigt. Ich muss abstimmen, ob das okay ist. I'm global elite. I'm global elite now. I'm global elite. Ich war im Chat und da war viel Gechatter. Und mein Team hat die Runde geholt und ich hab gesagt, easy for us. Und da hat der Gegner gesagt, easy for us, you bitch. Ja, ist ne Beleidigung. Okay, okay, geil. Geil, endlich wurde ich beleidigt, ey. Nach 40 Minuten. Okay, Chat, Aussag zählt. Wieder Anime-Gesicht, keine Titte. Ich hab Anime-Gesicht. Oh, global elite. Ich hab zwei vielversprechende Anime-Gesichter. Die haben keinen Ausschnitt. Hyping, ja nicht hoch genug. Doch, hier, Shadow. Oh, oh mein Gott. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich hab einen mit Hyping gefunden. Ich hab einen mit Hyping, 150 plus. Oh mein Gott. Ein 130er Ping, ja. Alter, ich brauch nur noch fünf Anime-Titten und einer der Raspi-Called. Aber da muss ich auf T-Seite. Wir sitzen jetzt für fünft im Voice-Konnecten auf CSGO Public Casual Server und hoffen, dass wir Anime-Titten finden. Das ist doch alles nicht normal, ey. Den ist auch gleich schon wieder vorbei. Hä, hat Fimo... Hä? Hat Fimo einen Doodle-Sack her, oder was? Hat jemand fast so was? Wohnt dem Fimo jetzt einen Doodle-Sack her? Hallo Team, what's going? Ey, die haben alle nur irgendwelche Katzenbilder drin. Team? Ja, zählt das? Komm mal bitte, zählt das als Anime-Titten. Es ist ein Anime-Charakter, wo immerhin... Are you Russian? ...wo Oberkörper drauf ist, immerhin. Prove it to me. Das sind keine Anime-Boovers. Das ist Gwen aus fucking... Spider-Man. Ah, Scheiße. Ist er Russian? Ich komme auf den Server und das Erste, was ich... Oh ja, what is this language? One K-pop with all, please. Okay, hier wird abgebrochen. Hello? Oh, die sind faustig hier. Oh mein Gott, ich drücke hier. Hello, hello. What is playing? Bitch. Ich habe ein 4K. Casual 4K, komm, einer noch. Einer noch, bitte, bitte. Einer muss noch... Nein, er ist ja noch Barton. Genau so war es bei mir gerade. Oh, der hat ein 400er Ping. 500. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No way, der läuft weg. Warum nimm das nicht einfach hin? Jetzt geht er zwar runter, aber... Die Lobby ist auch Arsch. Nächster Server. Ey, wieder keine Titten, ey. Ich kann es nicht. Ich bin krank. Where do we go? Das sagt keiner. How do you plan? Was geschafft, oder? Let's go! Woo! Scheiße, Fibo hat den Nate kill, oder? Scheiße, Fibo muss mir auch Ninja-Defus machen. Nur noch den, der defus ist. Doin seinen Server und grieft den weg. Ich schaue nur Fibo hinterher. Das ist jetzt nur noch abpacken. Okay, ich glaube, meine einzige Chance ist... Ich muss richtig suchen jetzt. Ich muss jetzt Anime-Titten aktiv suchen. Bis ich fünf Anime-Titten habe, dann brauche ich auch nur noch Rush B. Hier ist auch keine Titte. Keine einzige Titte. I am from my mama. Your mama? Your mama. My mama. Keil. I am shot the fuck up, bitch. Du bist immer freundlich. Endlich mal. Gut, gut. Wer ist denn noch nicht beleidigt worden? Grün. Fibo wurde noch nicht beleidigt? Ich wurde noch nicht beleidigt leider. Oh mein Gott, Casual Office. Fünf Titten jetzt? Du wirst keine einzige Titte sehen. Doch, doch. Armin, jetzt sehe ich nur Titten. Der ganze Server voller Titten. Du wirst keine Titte. Wenn du jetzt alles voller Titten siehst, hast du einfach sieben Tage Urlaub. Wir brauchen jetzt ein paar schöne Fälle. What's up? Hier, das ist eine Titte. Das muss eine Titte sein. Ich schicke mir die Titte. Also das muss durchgehen. Also das ist clean. Doch, doch. Das ist ordentlich Ausschnitt. Das ist ordentlich Ausschnitt. Das ist die erste Anime-Buba. Also das geht ja wohl sowas von safe durch. Ja, das ist eine Anime-Titte. Das ist eine, endlich mal, ich habe eine Anime-Titte. Oh, ich muss so handen, ich muss so suchen. Mix aber. Keine Titten, kein Mix. Ich meine, Cheater. Oh, ich habe Anime-Bubas. Mehrere? Schick rein. Also es sind zwei Anime-Bubas. Ja, schick gerne immer in den Twitch-Chat rein und im Voice, dass wir kontrollieren. Wir müssen abhaken. Okay, Profile 1. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay, absolut safe. Ja, ganz, ganz sicher. Oh, ist das zweite? Nee, das wird halt zwei auf einmal. Ich mache Ninja, ich mache Ninja. Ich mache Ninja! Ich hoffe, das zählt. Ich hoffe, das zählt. Wie, wie, wie? Ja, ich habe gemacht. Ja, aber was hast du denn gemacht? Ja, aber wie kannst du denn hoffen, dass das zählt? Ja, ich weiß halt nicht, was du unter Ninja verstehst halt. Ja, das habe ich gemacht. Waren noch Gegner am Leben. Ja, das waren fünf, sechs Gegner am Leben. Nein, FIBO hat's. Nein! FIBO hat das gegeben. Ich sehe Arsch, aber keine Zitten. Man, FIBO hat, glaube ich, eine gute Strap gemacht da. Das war eine gute Reihe. Ja, die wollte ich auch machen. Die hat FIBO schon gemacht, dachte ich, nee, das ist zu langweilig, wenn alle dafür gehen, weil das die Obvious-Reihe ist. Ja, das war die Reihe, wo man alles selber machen musste. Lass das Podium auch noch ausspielen. Oh, wer ist denn Purple? Oh, Armin? Oh, mein Gott, Armin braucht noch ein Casual 5K. Ja, da ist Armin durch. What the fuck, Armin? Ich glaube, ich muss auch auf andere Server gehen. Bröder, was machst du mir? Verpiss dich! Kannst du sie bitte reporten? Das ist aus... Das ist nicht normal. Kein Global Mute, keine Titten. Oh, oh, was war das? Ich habe ein UI-Headset, glaube ich, gehabt. Nikris, hello? Hello, Nikris? Das ist ein UI-Headset, oder? Das ist ein UI-Headset. Und ein Kick-Vote. WorldWare-Belgium steht 0-04 und flamet rein. We will report you. You are a fucking cheating ass. Hoffentlich macht der den Bonn fertig. You guys, where you wanna go? Hello, Team. Raspi? Ich haks ab. Ich haks ab. Nein, 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 das muss ein Gegner kommen. Das muss ein Gegner eigenständig callen. Ja, sie hat's gesagt. Das muss ein Random sagen. Du bist gerade ein Random auf dem Zerwer. Das muss ein Random sagen. Zufällig auf dem gleichen Server. So, wo ist Warrior Belgium? Er lebt noch. Da ist er. So. Der muss noch zweimal sterben, ohne Kill, ohne Assist. Oh, oh. Ja! 0,06. Also wie aber auch keiner von uns mal ein 5K im Casual hat bis jetzt. Das ist so unmöglich zu machen. Das ist, glaube ich, das Schwerste von allen. Ich hab 4, 4Ks schon. Und hab's angeschnitzt. 4K geht, aber 5K. Er geht vom Server. Er wird gekickt, dieser Notensohn. Er stand 0,06. Ich bleib extra auf dem Dreck-Server und er wird gekickt. Er wird vom Server gekickt. Yo, guys. Do you like this Tenurso? Where do we go? Tief? Es schreibt halt aber auch nicht, weil irgendjemand... What B? Kind, Kind, Kind. Zählt das? Zwei Kinder. Zwei Todeskinder haben wir. Aber zählt das B-Ding? Nee, Rushby muss das sagen. Aber ich hab zwei Kinder. Die callen safe gleich nochmal Rushby. Er sagt, let's go B. Wir brauchen nochmal Rushby. Ich werde gestemmt. Go B fast. Go B fast. Go B, go B, go B. Ich weiß nicht. Was hat er gesagt? Hat der Rushby gesagt? Er hat Rushby gesagt, aber das hat nicht B gesagt. Was war... Okay, nichts runter, Armin. Ich hol's aus dem Raus. Gut cheating. Noch. Komm. Mann! Okay. Das ist so viel besser als wir. Armin, wir holen uns jetzt raus. Kling schon, Rief. Let's go together. Where do we go? Where do we go? Call, where do we go? Together. All together. Mann. Er hat Rushby gesagt. Ja, okay, Clip. Wir brauchen Clip. Wir brauchen Clip. Ich hab's auch nicht eindeutig gehört. Ich... Ey, die One-Shotten mich. Cheatet der? Guck mal, ob der anhat. Der cheatet. Oh mein Gott, ich glaub, der hat Huxen. Bitte hat der Huxen. Ich glaub, der cheated. Der hat Huxen, der schießt vor. Okay, wir bleiben oft schon zurück, Armin. Ja, ja. Der ist aber noch ein Strom danach. Nee, noch nicht safe. Noch nicht ganz safe. Aber tendenziell hat der an. Der hat das Leben gebumst. Aber lass drauf lernen. Ich hab der Rappler. Ich hab der Rappler. Bist du? Rushby, du kapliert, oder? Dich. Nein, Franzi, haben Rushby. Keiner für uns mehr in die Lüge. Ich kann, Alter, in diesen Drextrader. Ja, schau mal an, wir mal an, wir mal an. Alter, die haben hier Staubsauger-Headsets. Äh, und UI-Headsets. Oh, yeah. Warte, jetzt noch mal, Armin. Where go, where go. What is plan, Team? Armin, ich hab'n Clip. Ich hör rein. Gobi, 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 Gobi. Ich weiß nicht. Was hat er gesagt? Nein, nein, ist nicht, ist nicht. Da sagt einer im Hintergrund die ganze Zeit, Gobi, 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 Gobi. Der andere sagt, Rush. Und der hat danach aber ein Miet, glaube ich, gesagt. Da war kein Rushby. Kannst du nicht sagen? Nee, war nicht clean, war nicht clean. Fake News waren das. Ich schau' John Wick jetzt so. Der hat doch an. Ich bete ihn. Ja, oder? Ja, ja, der hat 100% an. Der hat ein Aamer. Der Aamer. Der hat ein Aamer. Der hat ein Aamer. Ja, John Wick wieder da, mit Headshot auch nicht. Ich aber auch. Boah. Ich jetzt gegen John Wick. Der Erfolg. Und ich brauche ein Demolition Kill, dann habe ich auch ein Bingo. Oder bräuchte noch ein Kind oder ein Staubsauger? Wäre da von der Seite gefickt. Hello, any young boys here? Was? 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 Ähm. Unangenehm. Was bedeutet bei Staubsauger? Naja, wenn du jemanden reden hörst im Hintergrund, macht einer ein Staubsauger. Also ein cleaner, deutlicher Staubsauger. Ein echter Staubsauger. Ich glaube, ich mache ein Casual 5K. Okay, jetzt mache ich ihn fertig. Einer hat Lobel Mute. Hat eine Kassel. Keine Tippen. So, AWP. Let's go. 5K. Suicide direkt 2. Wir sind schon zwei Stunden dran. Machen. Hallo, guys. Einmal der Subvacium. So, komm. Also Casual 5K. Das muss... Drei. Was machst du so, Franzi? Keine Ahnung, alles. Vier. Nein, komm schon. Ich hab hier wach. Kills im Casual. Hier was? In einer Runde, ne? Ja. Ja. Franzi hat mit Dancepad eher im Casual 5K als wir. Ach, er shiftet. Ach man, guck dir das doch mal an. Ey, der steht im Spawn rum. Keine. Keine. Ich kill 50% of the team. Null. Ach man, ist das eine Kacke hier. Warte, wo ist Franzi da? Ich will, glaube ich, auch auf Kennels oder so. Was ist das überhaupt? Das ist Casual Diffuse. Hostage, Hostage. Sind Save-Call-Voll-Bots. Hostage spielen, aber nicht genug. Kack! Stimmt, Hostage war das das Problem. Ich war vorhin Hostage und hatte ein 4K. Aber der fünfte... Es war 5 gegen 5 nur. Ja, wo bist du? Nur gegen Bots. Ich bin auf Office. Aber wir haben mir gesagt, Bot-Kind zählen. Vielleicht kann ich hier ein paar Bots wegfahren. Wo denn? Ach, schade. Ach, Mann. Ich hab ein Kind. Ich hab ein Kind. Ich hab ein Kind. Das klingt so falsch. Das klingt so falsch. Let's fucking go. Es ist so viel falsch. Dieses Video wird einfach nicht grün. Äh, was hat der mit in der Nähe gegeben? Drei. Vier. Vier. Fünf. Fertig. Ich dachte, das hat mir auf den Schirm gehabt, sorry. Ne, ich bin ja am Feinden. Scheiße. Und Blade hat auch ein Bingo, oder was? Ja. Als ob. Ja. Fucking casual. Mann, ich mach grad auch ein casual 5K. Ja, dann haben wir das Podium fertig. Mann. Okay, also welche Reihe hat Röder? Die mittlere. Ja, Röder hat ein casual 5K. Goldknife, Global Mute. Und Armin, wo ist Armin? Armin hat auch, da in der Mitte. Ja, ich halt auch, wenn ich das jetzt noch hab hier. Ach, nee, gar nicht. Goldknife, Armstress fehlt mir noch. Ja, GG. Oh, very good knife, äh, go lose. Nie wieder casual modus. Ich find das aber echt schwer. Jetzt sagt hier einer, äh, very good knife, ey. Das ist aber trotzdem kein Bingo. Naja, hab trotzdem kein Bingo. Okay. Good game. Feebo gewinnt. Reihe 4 war halt echt die eine Reihe, wo du es alles selbst in der Hand hattest. Franzi ist die einzige, die Rush Bibo bekommen hat. Und dann noch zusammen mit dem Zuckabliert. Hab ich mir so versucht zu voraussend, es kam nichts. Armin und ich haben Cheater, UI-Headset. Bond hätte ich gehabt und der wurde dann einfach gekickt in der letzten Runde, der Atze. Damit stehen dann auch die drei Gewinner fest. Ich hab dann sowohl Röder, Armin als auch Feebo eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ganz seriös und formell. Und die über ihre entsprechenden Winnings informiert. Armin war sehr überrascht, hat sich sehr gefreut. Röder dachte, das wäre eine Scam-Nachricht im ersten Moment. Verstehe gar nicht, warum. Ich hab das so seriös geschrieben. Und Feebo, der den 100-Euro-Skin gewonnen hat, der guckt halt alle fünf Tage aufs Handy nur. Deswegen, der hat leider nicht drauf reagiert. Aber die Jungs wissen Bescheid. Feebo macht den ersten. Ich glaub, Röder war ganz knapp vor Armin. Also Röder Platz zwei, Armin Platz drei. Franzi und ich haben beide nichts. Ich hab in einer Reihe vier. Franzi ist blau. Hast du vier? Ne, drei. Ich glaub, ich hab keine vier in einer Reihe. Mehrere Dreier. Ja, einige Dreier. Okay. Mehrere Dreier. Ja, dann, GG. Ich hoffe, zum Zusehen war es auch ganz funny. Vielleicht kann man, ja, sowas in die Richtung würd ich gern öfter machen. Weil ich hab so überlegt, so die CS-Operations, die fehlen. Was kann man selbst so machen, was man überlegen kann? Die Webseite war auf jeden Fall sehr geil dafür. Also dann auch noch mal danke. Ich weiß nicht, wer es war. Ihr Bingo Sync. Also die war sehr geil. Das hat das sehr viel besser gemacht, als das, was wir sonst geplant hatten. Wenn euch das gefallen hat, auch auf YouTube, lasst gerne Kommentare und Bewertungen da. Und dann vielleicht können wir sowas in die Richtung auch machen. Oder vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, wie man das anders im CS machen könnte. Bingo-mäßig. Vielleicht spezialisiert auf einen gewissen Game-Modus oder sowas. Kann ja auch sowas seriöses sein. Wie man macht einen 12-Stunden-Stream und da steht dann drauf, ne? Office-Matchmaking-Wind ist eins. Drei Wingman oder Danger Zone in Folge. Sodass man halt wirklich lange dafür braucht. Das war ja jetzt eigentlich ein Quickie hier mit anderthalb Stunden ungefähr. Ja, danke fürs Zusehen, ne? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.